Untertitelung des ZDF, 2020 Ist die Kabine eh dicht? Oder kriegt ihr da gerade eine Stauvergiftung da drin? Ja Matthias, soll ich die Stütze? Das ist die Stütze, die die Stütze Die Stütze, die es dort grenztシke, zum Beispiel Die Stütze, die Stütze, die in der Tür Das war's für heute. Das ist ein Witz. Kannst du den Streifen auf? Ich bin der Witz. Der ist jetzt auf. Der ist jetzt auf. Oh, der ist jetzt auf. Der hebt da unten. Der ist jetzt auf. Untertitelung des ZDF, 2020